Katrin? Geh mal kacken! Geh mal kacken! Hier nicht ins Bad? Da war die Kacken! Katrin war Kacken im Bad. Ich glaub ich geh jetzt können. Wann bist du? Ich glaub ich geh jetzt können. Kacken! Das ist die Nähendlichste. Wenn du den richtig hinkriegst. Okay! Folgen aussetze. Noch wieder. 3 Minuten waren schon. Das dauert für 5 bis 10 Minuten. Okay. Ich sag nur Ballarbeit. Stell dir vor es wär die Franzi noch dabei. Und würd ihr den dreigen Lachen noch wieder dazugeben. Ich glaub da gäb's Probleme. Durchatmen und kacken. Ich hab echt gedacht, dass ich jetzt kacken. Ich hab echt gedacht, dass ich jetzt kacken. Aber sie hat gesagt ich geh jetzt kacken. Sie hat gesagt ich geh jetzt kacken. Sie hat gesagt ich geh jetzt kacken. Aber warum überrascht ich das bei der Sigi nicht? Dass man sowas denkt, dass sie das sagt. Aber warum überrascht ich das bei der Sigi nicht? Und 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 und. Kacken. Kacken. Ja. Atme doch mal tief ein. Durch den Arsch. Einmal kacken. Geht's kacken kaufen. Geht's kacken kaufen. Du brauchst ne Tüte. Sauerstofftüte. Chips-Tüte hätte ich da. Chips-Tüte. Ah, Mann, es ist so schön. So, nein. Das ist doch Nenz. Kacken ist gefährlich. Ah. Was war das denn jetzt? Da war wieder bestimmt so Nimm. Genau. Nein, was war das denn?